Ja, lieber Ernst, was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Eigenbau, ein Aufsatzmäher mit zwei Motoren. Ein zweimotoriger Aufsatzmäher mit Auffahrbremsen. Ein stellbarer Sitz, stellbarer Heimfahrt, Höhenverstellung, einfach technisch nach dem neuesten Stand. Es hat ein Fünfgang vorwärtsgetrieben und ein Rückwärtsgang. Man kann Lobe wischen und Rasen mähen. Ja, und was ist das für ein Getriebe? Es ist ein Spezialgetriebe, oder? Ja, es ist ein Döschwo-Getriebe mit fünf Vorwärtsgängen. Das wollte ich hören. Der Döschwo-Flieg Farniaji mit seinem Döschwo-Rasenmäher. Ja. Wow! Ja. 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 Ja.